Was ist das für mich? Ich glaube, es ist super für mich. Es zeigt auch, dass ich sehr hart gearbeitet habe. Ich glaube, es ist super für meine Entwicklung. Jetzt möchte ich einfach zeigen, dass ich zu diesem Kader gehöre und weiter mit der Nationalmannschaft sein kann. Jetzt ist die Zeit her. Ich bin als Spieler gewachsen. Ich bin jetzt ein besserer Spieler. Die Saison läuft gut. Ich gehe sehr motiviert und sehr bereit ins Turnier. Was ist das für mich? Ich möchte einfach zeigen, dass ich zu dieser Mannschaft gehöre. Ich möchte auch im nächsten Turnier dabei sein. Ich möchte einfach offensiv gut spielen, etwas an die Mannschaft bringen und Freude haben.